ARD Text im Auftrag von Funk Ja, es macht ja Spaß auf jeden Fall. Es ist ein cooles Spiel. Einfach, aber trotzdem so wie geil. Ja, das ist wohl wahr. Wollen wir mal weiter suchen? Ach, Ruben, was machst du denn hier? Ja, okay. Wir gehen einfach mal. Was guckt er sich denn an? Ja, ich konnte da nicht lang. Das war so ein bisschen blöd hier. Ich meine, vielleicht kann ich mich hier durchmogeln? Ne, da komme ich nicht durch. Wir stehen ja alle im Weg. Sieht ein bisschen aus wie ein Jahrmarkt. Ja, ich glaube, das soll doch einer sein. Was ist los? Gabriel! Hallo! Ich habe nur eine Frage. Ja, ich bin ein bisschen auf den Gramm. Ja, ich bin ein bisschen auf den Gramm. Also, dann sind sie jetzt alle da. Oh, guter DJ-Denten. Guck mal hier, Lukas. Die alte Nuss. Ja, den sollten wir kennenlernen. Richtig. Wir müssen uns mal eines besseren überzeigen. Was ist denn? Was ist denn mit dir? Nichts. Was ist denn mit dir? Ich habe gerade gesagt, nichts. Oh Mann. Was für eine Konversation. Was für eine Konversation. Ja, wirklich Wahnsinn. Was für eine Konversation. Du hast nicht gesehen, dass du einen kreppigen Mann mit einem langen Haar und einem Beard rummierst, hast du? Ich glaube nicht. Warum? Er hat ein bisschen ausgedrückt Petra aus einem Diamant vorhin. Oh. Jeder weiß, dass du nicht mit Petra bist. Nicht, wenn du wissen, dass es gut für dich ist. Ich habe einen Augenblick, okay? Danke. Ich empfehle mich. Also, wir sind cool? Ja. Wir sind cool. 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 Oh Mann. Total, total cool. Coolness. Oh Mann, ey wirklich. Das ist echt cool. Das ist wie, weiß er nicht. Wie der erste Flirt mit dem anderen Geschlecht. Ja, der halt in die Hose geht. Oh Mann, oh Mann. Achsel, ja. Achsel, ja. Achsel, ja. Achsel, ja. Können wir mitmachen? Achsel Schweiß. Oh Gott. Ich dachte, du könntest einfach aus dem Schlag rausgehen, oder? Achsel, du kannst, wie du willst. Du bist nicht da weg. Du gehst nicht irgendwo. Achsel, wéssel. Achsel, wéssel. Hast du eine Chance, dass du einen schrecklich-schönen Beardy anwesst? Nein. Petra hat mir gesagt, was passiert. Ich schaue dir einen Augenblick. Okay. Also bin ich ein bisschen distracht. Es ist nur, dass diese Maschine alle meine Karten reinkommt. Unnecessär히 kompliziert. Das ist die Hühner. Ja, ich mal. Ja, das ist gut gestellig. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass sie nicht so wirklich reagiert. Voll. Das ist er nicht. Das ist er bestimmt nicht. Ne, ich glaube auch. Was sie da schon wieder sieht. Oh, da. Guck mal, da. Da läuft er, aber ich weiß nicht, ob er das ist. Wow. Ach nee, der war es. Das war dein stupide Pug. Ich höre, dass intensiv Kohle an den Kopf schmerzt. So. Das ist der Zweite. Ja. Aiden, du Idiot. Hey, wer du kallst einen Idiot? Dich. Du. Du musst dich rücken. Ja, guck mal, ob man drauf rächtet. Ja, richtig so. Genau. Nichts gefallen lassen. Er ist weg. Natürlich ist er jetzt weg. Na, da hinten steht er, glaube ich. Da, wo das Pünktchen ist. Okay, wenn du das sagst. Wahrscheinlich nur jemand im Kostüm. Na doch, nee. Eiber. Nee, schade. Ich habe ja gesagt, das ist er nicht. Oh, leider ist Agro, ja. Ist das ein Mädchen-Gang oder was? Oh nein. Nicht schon wieder. Oh. Ist das der Fleischer? Oh, oh mein Gott. Hallo? Geht's mir noch gut? Wo ist unser Schwein? Wer der Ruben angefasst hat? Dann fass mal ihn an. Hallo? Ey. Arzt. Ja, doch nicht mit irgendeinem Schwein. Finger weg vom Schwein. Er ist mir erst nichts zu essen, außer wenn es mein Freund ist. Boah, erster rosa Typ, ja. Klasse. Jetzt müssen wir unser Schwein jetzt zurück ertauschen. Ja, dann, so. Es gibt nur eine Sprache, die alle verstehen. Ja, echt mal. Bedrohlich wirken, hat sie gesagt. Ach, du arme Schweine. Ist das schon nicht leicht? No. Er ist auch ein bisschen angepieselt, glaube ich. Oh, da ist er. Das verstehe ich aber auch. Hast du ihn gesehen? Nee, habe ich nicht. Oh, ist der nach links durch? Ja, hinten links. Oh, die Hühner da oben. Oh, ist der jetzt oben schon wieder? Ruben, der trödelt. Der streicht da rechts lang. Ja, was mit den Hühnern hier nicht in Ordnung ist, sonst freien wir ihn auch. Das ist hier ausschließlich ein Friedrich Krüger-Verschnitt hier. Das ist wahrscheinlich ein Chicken-Dinner da oben. Erinnern Sie das, was ich mit Petra mit Petra machen musste? Lange, kurz, wir haben uns mit diesem Mann zusammengekommen. Er hat mich und Petra auf einen Deal verraten. Und jetzt versuchen wir ihn aufzuhalten. Bist du in? Oh, I'm in, alright. Huh, da ist er. Wir müssen mal schnell daher. Hi. Oh, super, okay. Oh, Dor. Da war auch. Ah, die Rodor heißt er, nicht Rodor. So. Get out of our way. We need to get inside. I need you to show your tickets. Or else, I gotta stop you right here. Das ganze ist ja noch nicht mal ein Riesen. Chicken! 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 Gut. Dann haben wir seine Schwäche erkannt. Eine Chicken-Phobie. We have to do something. Da oben sind da genügend Kinder. Ja, wir müssen aber um Scheibe einschlagen oder sowas. So. Any other bright ideas? Ich bin zweiter. Ja. We need a distraction. A lot of chickens running around might be a distraction. Gibt es eigentlich einen offiziellen Begriff hier, Angst vor Hühnen? Nein, ich glaube schon. Aber es gibt eigentlich für jede Fokinie irgendeinen Begriff. Ja, ich glaube dafür auf jeden Fall auch. Wie werden Sie ihn erreichen? Das kriegen wir auch noch raus. Hühner-Phobie. Da muss man etwas tun, was wir tun können. Hühner-Phobie. 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 Einfach mal die Cent wegruppen, wenn er gerade hochpft. Hühner-Phobie. Schwupp, weg. Hühner-Phobie. Hühner-Phobie. Ach, was alles. Eine Runde Slime-Ball für alle, bitte. Warte, das sind nur acht Slime-Ball. Wir brauchen noch mehr, um einen Block zu machen. Okay, du musst noch einen anderen Weg finden, etwas mehr Slime. Und schnell, schnell. Ähm, nur noch eine Sache? Ma'am, noch eine Slimeball, bitte. Ich bin nicht sicher. Wenn ich die Regeln für dich verbreche, dann muss ich sie für alle verbrechen und dann werde ich komplett aus dem Slime verbrechen. Entschuldigung, komm, bitte. Ich muss noch eine Slimeball finden. Hey, äh, Lukas. Das dürfte jetzt ja nicht so schwer sein. Ja, du sagst was. Jana, oder? Ey, siehst du, da geht's ihm schon los. Ja, super. Groß, Kleiner. Haben wir doch. Und schon haben wir so'n Hüpf-Dings. Soll ich fragen, was noch da oben? Ich glaube, die Scheibe einschlagen, wirklich. Ich glaube, die Scheibe einschlagen, wirklich. Und wer muss da jetzt drauf? Gib mir einen Bust. Alles klar. Wofür haben wir denn jetzt Steinblock gebraucht? Ja, das kommt noch. Oder wird sie jetzt einmal draufhüpfen, oder was? Du musst jetzt erst mal gucken, was da so los ist. Oha. Wie springt jetzt von da unten da rauf, oder was? Ja, die ist ja mutig. Wahrscheinlich springt's ja dann nicht. Ich kann's gar nicht. Und du musst drücken. Oh nein, oh nein. Ich hoffe, ich hab rechtzeitig gedrückt. Oh nein. Oh nein. Das tat bestimmt weh. Oh, guck mal, sie hat Blut am Kopf, oder? Nee, ein Blutchen oder sowas. Keine Ahnung. Ich hätte das jetzt als Blutchen probiert. So, schnell nach oben hier. Ist aber brutal mit dem Kopf durch die Scheibe, was sich nicht verletzt hat. Ja, ein echter Dickschädel. Ja. Woher gehst du? Da. Durch die Tür. Was tun wir, wenn wir ihn holen? Tja. Ja, was machen wir denn dann? Ja, wenn wir hier... Nee. Ja, komm. Ich traue den Frieden, ganz ehrlich gesagt nicht. Ja, wir werden ja gleich sehen, was uns hier erwartet. Ganz unauffällig steigen wir uns mal um die Ecke. Blumen ist ober cool. Aber hallo. Ui. Es ist ein bisschen was los hier. Ne. Echt mal. Das ist doch nicht hier, um was zu klauen. Haben wir was Gutes finden? Ah, ja, so. Ich habe jetzt leider nichts zugehört, okay. Also, die Grafik ist manchmal schon auch so ein bisschen anstrengend fürs Auge. Ja, weil die so ein bisschen hin und her wackelt. So, das brauchen wir nicht. Bier. Bierbrauerei. Auf jeden Fall, eindeutig. Vielleicht hat P3 hierher schon irgendwas. Mein Gott, jetzt fucht ihr doch, da nichts so voll an der Nase rum. Ich weiß gar nicht, was für Material das gerade war. War das Gold? War ein bisschen so grünlich aus, ja. So, lassen wir den Axel hier raus. Finger weg von den Pilzen, Axel. Ja, ich glaube auch. Der ist ein bisschen komisch, der Axel. Tja. Tja. Nein. Und was? Das könntest du sein. Ja, deswegen wollte ich das noch so ein Ding, ne? Also, zuerst gesehen. Oh, ein Stück Kuchen. Ich habe zuerst gesehen. Da drüben ist ja noch so ein Ding, ja? Oh, da ist ein Schalter. Hast du das gesehen? Ja. Ach, dann müssen wir hier doch mal gleich den Hebel befertigen. Was da jetzt passiert? Jawohl. Oh. Ein Heimsbücherregal. Nein, Finger weg. Nee, echt mal. Fass da noch nicht an. Wir wollen hier nichts riskieren. Na, aber das kann manchmal nichts bei der Anfüren. Na, gucken wir doch erstmal in die Truhe. Ja, schön. Ja. Ja, und was raus? Achso, wir müssen da raus. Okay. Ich habe es verlesen. Ich habe es verlesen. Ich dachte, wir müssen das jetzt da raus. Ach, Mist. Ja, toll. Hättest du mal was gesagt? Nee, du hast doch schon geklickt. Aber, oh, ein Heimsbücher. Das ist... Einer der schlimmsten Monster, der da ist. Wir kamen hier runter, um die Kugel zu finden. Na, wir haben ihn gefunden. Ja, los, nimm es. Vielleicht sollten wir es einfach holen und rauskommen, während wir es noch nicht können. Das war doch der Plan. Ja, ich wollte jetzt zu spät. Ah, Leute. Scatter! Wo ist dein Ruben? Ich hoffe, Ruben hat ein Versteck gefunden. Das ist der Freak. Eibor. Ja. Ja. Könntest du mich erinnern? Oh, warte. Überraschend, dass du mich sehen kannst? Er ist ja auch ein bisschen verwirrt, der junge Mann. Ich dachte, du warst mich, nicht? Was? Oh, Mann. Ein R steht da einfach rum, oder was? Er ist Ruben da oben. Oh. Hast du gesehen im Regal? Ja, ja. Geil. Sehr schön. Nein! Oh, mein Gott. Was war das? Wer ist da? Das hat sie ja mit Absicht gemacht, ne? Ich glaube nicht. Meinst du? Ja, soll ich jetzt nach vorne, damit er von der Truhe weggeht? Wir wollen ja schließlich in die Truhe gucken. Doch, bestimmt. Ich glaube nicht, dass Absicht war. So. Over here, jerk. Was are you doing here? What did you see? Leave her alone. Yeah, back off, pal. You two. Did you follow me here? You thought you could just screw us over and get away with her, didn't you? We're here to prove you wrong. What are you going to do about it? I have what I want and you have exactly what you want. Krass. So. So. Hinterher. Oh, verdammt. Okay, ich glaube, wir haben da jetzt... Ich glaube, wir haben jetzt Kampf für uns. Äh, ja, ich fürchte auch. Oh Gott, ey. So geil. Aber, ja toll. Wir haben nicht das bekommen, was wir wollten. Ist egal, wir sind weg. Oh man, this is so exciting. It sure is. And now, for the first time ever here at Endercon, we are very proud to present... The one, the only. Gabriel! Yeah! Hallo! Oh man. Wir sind schmierig. Gabriel! Ich helfe dir! Ich helfe dir! Bitte! Are you with me? Yeah, 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 yeah. Party! Gabriel! Everybody okay? Oh, perfekte Chance, um hier unbemerkt weiterzukommen. Ähm, Leute? Wo ist Lucas? Hm? Oh je. Ja, weil es der nicht rauskommt. Hm, ich bin echt da auch gepasst. Ich habe viel Spaß gemacht. Ja, wollen wir Gabriel? Nee, komm, wir machen das. Wir schaffen das. I'm going after Lucas by myself. By yourself? Are you sure, Jesse? Yeah. The rest of you. Go get Gabriel. We're on it, Jesse. We'll figure out a way to warn Gabriel and then we'll meet you back here. Let's crash this party. I'm here to go. We'll be back as soon as I can. Be careful. This is heaven. Wir kriegen das schon hin. Wir haben Ruben und haben uns auf der Seite. Das kann einfach nur gut gehen. Mit dem Superschwein quasi. There goes nothing. Es ist ein bisschen dunkel da drin. I can go. I can go. echt wenn. Ich kann go. Ich nur die Mit XY. Ich kann klein. Und nicht essentials. Wir alle haben in dengangen macht. Ich kann swoim editus. Ich kann jetzt einen Jahr wieder hin. Ich kann mich nicht mehr in den ganzen Schasen. Wir bid Benson. Ich kann mich nicht mehr.